Was ist Einkäufe mit Kreditkarte? Und so weiter unter Beweis stellen kann. Dass dieses ganze Thema und dieses ganze bargeldlose System auch Pferdefüße haben kann und Pferdefüße hat, darüber wollen wir uns im Folgenden unterhalten und auf genau diese Punkte etwas näher eingehen. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde beim Alpenparlament. Im Studio begrüße ich Andreas Popp ganz herzlich. Grüß Gott. Wir wollen uns mit dem Thema Bargeldlos unterhalten. Ist also etwas, was jeder von uns tut, mit Karten zu bezahlen. Nur gibt es ja gewisse Ideen, diese Entwicklung in eine Richtung voranzutreiben, dass das Bargeld komplett erledigt und komplett abgeschafft wird. Was ja etwas anderes ist, als ob ich die Freiheit habe zu sagen, ich zahle mit Bar oder ich zahle mit Kreditkarte. Was ist denn, ich sag mal, auch vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise, so der Ausgangspunkt, dass es fast so etwas wie eine Angst vor dem Bargeld gibt? Ja, die Frage ist unglaublich schwer rüberzubringen als Antwort, auch wenn sie relativ einfach ist. Aber es fehlt dem Normalbürger das Abstraktionsvermögen, so schlecht denken zu können, wie diese Systeme hier funktionieren. Da fehlt es einfach. Das ist immer wieder das Hauptproblem. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das liegt darin, dass die meisten Leute erstens nicht wissen, was Geld ist. Wir müssen ja nicht, Geld ist ja nicht Geld, sondern Geld ist ja gesetzliches Zahlungsmittel. Und gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet, dass wir verpflichtet sind, mit diesen Zetteln und Münzen zu zahlen. Das ist ja Pflicht. Wir dürfen nichts anderes nehmen. Also hoheitlicher als Geld kann es nicht gehen. Umso wichtiger ist es, wer die Machtsysteme, wer die Macht über das Geldsystem selbst innehat. Deshalb ist das eigentlich die hoheitlichste und staatlichste Aufgabe überhaupt, aber ausgerechnet dieser Bereich der hoheitlichsten Aktivitäten ist privatisiert. Und Privare kommt ja aus dem Lateinischen und heißt berauben. Und das passt in diesem Fall ganz besonders gut. Und das ist relativ einfach. Insofern ist das ja auch eine ehrliche Bezeichnung. Es wird privatisiert. Du wirst beraubt. Genau. Geld ist eine Rechtseinrichtung. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben das gesetzliche Zahlungsmittel. Wird in Deutschland geregelt im Paragraf 14 Absatz 1 Bundesbankgesetz. Und da finden wir sogenanntes Münzgeld und Geldscheine. Früher nannte man das auch Banknoten. Noten deshalb, weil es die Notierung einer Bank war, die man einsetzen konnte, um zum Beispiel Gold zu bekommen. Das ist heute nicht mehr möglich. Seitdem heißt es wahrscheinlich auch Geldscheine. Es scheint also nur noch mehr Geld. Das ist also der Schein des Geldes. Auch da ist der Begriff ehrlich. Es ist nicht alles auf der Hand. Das kann keiner sagen, er hat es nicht gewusst. Die deutsche Sprache ist da sehr exakt. Und man legt eben halt diese wertlose Zettel auf den Tisch. Aber es sind immer noch gesetzliche Zahlungsmitteln. Da aber noch einen draufzusetzen, ist besonders lustig. Nicht wirklich, aber wenn man das Ganze mal durchdenkt, mal mit dem Abstand des Nichtschildbürgers. Wo man dann feststellt und sagt, okay, es gibt doch noch Giralgelder. Wir hatten in dem Interview gesagt, mit der Geschichte der Zwangshypotheken damals, dass es darum ging, dass Banken Geld drucken können aus dem Nichts. Aber das steht nur in Depots. Und diese Depotzahlungen können niemals in Bargeld umgewandelt werden, also in gesetzliche Zahlungsmittel. Einfach, weil sie nicht existieren. Also vielleicht sollte man das auch wirklich immer deutlich machen, wenn du sagst, dass die Banken Geld drucken können oder Geld herstellen können, das ist wirklich wörtlich so zu nehmen. Das heißt, die Banken machen einen quasi computermäßigen Vorgang und am Ende dieser Geschichte steht Geld. Die Leute glauben, es handelt sich um ein Vollgeld. Vollgeld ist quasi ein Geld, was in irgendeiner Form hinterlegt ist, von mir aus auch nicht, aber was auf jeden Fall gesetzliches Zahlungsmittel ist. Es gibt aber auf den gesetzlichen Zahlungsmitteln aufgesattelt noch eine weitere Ebene und das ist mittlerweile die Ebene, die über 90 Prozent sämtlichen Geldes ausmacht. Und das sind eben halt Anrechtsscheine auf Geld. Die können aber niemals in Geld umgewandelt werden, weil sie zum Beispiel sich wiederfinden in Rückkaufswerten von Bausparverträgen, Lebensversicherungen und so weiter oder auch auf Kontoauszügen. Das Problem ist, Geld entsteht durch Kredit. Wenn einer zu mir kommt, zur Banker und sagt, ich möchte gerne einen Kredit haben, dann bekommt er von mir ja kein Geld, was anderen gehört, sondern er bekommt Geld, welches gerade neu durch den Kredit entsteht. Ex nihilo, aus dem Nichts. Und dieses Geld ist jetzt auf der einen Seite inflationär, das ist aber gar nicht mal so wesentlich, aber es findet nicht statt in Form einer Auszahlung in Münzen und Zetteln oder Banknoten oder eben halt Geldscheinen, sondern es findet statt in Form eines Kontoauszüges, den er nun auf seinem Kontoauszug wiederfindet, wo drauf steht dann haben. Ja, so und das war es dann. Und jetzt geht er mit diesem Geld einkaufen. Das ist aber kein Geld, sondern das ist Giraldgeld. Jeder könnte zum Beispiel ohne weiteres ablehnen und sagen, ich akzeptiere keine Kreditkarte, ich akzeptiere keinen Scheck und keine Überweisung, weil es sich dabei nicht um gesetzliches Zahlungsmittel handelt. Man kann auch auf gesetzliches Zahlungsmittel bestehen. Ich kann nur jedem empfehlen, das zu tun, denn dann würde er tatsächlich auf Bargeld bestehen. Spätestens dann hätten die Banken ein Problem, aber das wäre nicht schlimm, weil das wäre erst ein Problem der Banken, nicht der Bürger. Das wäre dann eigentlich eine relativ ordentliche Entwicklung. Und jetzt geht es halt darum, dass die meisten Leute diese Verwechslung eben halt fahren und wissen nicht, dass das eine von dem anderen zu unterscheiden ist. Und sie glauben, wenn sie mit einer Kreditkarte zahlen und schieben das durch so einen Slide, dann ist das dasselbe. Dem ist nicht so. Du hast in einer Veröffentlichung auf deiner Internetseite das Verhältnis mal dargestellt, weil das ziemlich komplizierte Zahlen sind, zitiere ich das einfach. Es geht um die süddeutschen Sparkassen. Die Barreserven waren 85.852.000, die an vorhandenen Barreserven da waren. Denen standen Forderungen von 482.577.000 gegenüber. Also nur, dass man einfach mal... Genau. Das war eine süddeutsche Sparkasse. Das Problem ist, das gesamte Finanzsystem ist geprägt durch diese Problematik. Das sehen wir auch im Staatsbereich. Wir sehen zum Beispiel, das nehmen wir mal einen staatlichen Bereich, um das ganz deutlich zu machen. Die Schweiz wird mit Geldern überflutet von Anlegern, die beispielsweise ihr Geld in die Schweiz anlegen. Dadurch steigt der Schweizer Frank und alle glauben, jetzt können wir uns freuen. Vorsicht. Wenn jetzt so viel Geld reinfließt, darf man nicht vergessen, dass aus diesem Bargeld, was dort reinfließt, aus diesen Kapitalanlagen, wieder neues Geld geschöpft wird. Weil Banken das Geschäft haben, aus eingelegten Geldern neue Gelder zu generieren. Das heißt, jetzt werden eine Million eingenommen, aus dieser Million werden zehn Millionen gemacht, neun Millionen kommen aus dem Nichts. Und jetzt steht dieses Institut aus der Schweiz und investiert diese zehn Millionen, ja, wohin? Im Interesse ihrer Anleger und im eigenen Interesse. UBS und Credit Suisse sind die Hauptakteure in dem Spiel. Investieren in ausländische Staatsanleihen. Sollten diese ausländischen Staatsanleihen mal in Schwierigkeiten geraten, dann ist ein Staatsbankrott bedroht, zum Beispiel, weil es eben halt gar nicht aus gesetzlichen Zahlungsmitteln entstand, sondern eben halt aus Giralgeldern. Und Giralgeldern kann man auch mal relativ sportlich drücken. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Schweizer momentan sehr kooperativ mit den Amerikanern umgehen. Weil man das offensichtlich weiß. Im normalen Leben nennt man das Erpressung. Ja gut, das kann man so unnüglich, richtig, aber im Prinzip kann man das so nennen, ja. Ja, das ist so ein unschöner Begriff, aber da ist was dran, ja. Ja, ist was dran. Aber diese Diskrepanz ist also nicht ein Einzelfall, sondern diese Diskrepanz ist im Bankwesen heute völlig normal. Das ist systembedingt, das will das System ja auch, weil das System ist ja auf Crash aufgebaut. Dadurch kommt ja im Prinzip diese unendliche Wirtschaftswachstumssituation und wenn Sie einen Faktor wie Exponentialfunktionen in eine Wirtschaft einbauen, kann es immer nur zum Crash führen. Das Spannende ist, dass beispielsweise die sogenannten Experten wie Volkswirte das gar nicht verstehen können, weil sie es nie gelernt haben. Weil in der Ausbildung des Volkswirtes kommt eben halt das Bankwesen und das Finanzwesen und das Geldwesen gar nicht vor. Deshalb können Sie es nicht verstehen. Da ist es ein Austausch von Waren und Dienstleistungen, das war's. Die große Problematik liegt einfach darin, dass aus Sicht einer Bank, die ja zwei Bilanzseiten hat, wie jedes Gewerbetrieb auch aktiver und passiver, auf der Aktivseite alle Vermögenswerte sind und auf der Passivseite die Vermögensquellen. Das sind zum Beispiel Schulden, Verbindlichkeiten und das Eigenkapital. Das sollte übrigens immer rechts stehen, das ist klar. Und wenn ich mir jetzt ansiehe, was sind denn die großen Positionen auf der Passivseite einer Bank? Das ist etwas anders als bei einer Gewerbebilanz. Das sind die Verbindlichkeiten gegenüber den Kunden. Das sind wiederum die Sparer. Sparer legen ihr Geld bei einer Bank an und dann hatten wir tagestäglich fällig Spargelder, Geldkonten, wir haben irgendwelche Sparbriefe und so weiter. Und das sind dann eben halt diese Hunderte von Millionen und jetzt gucke ich auf der anderen Seite und finde auf dem Kassenbestand wieder 10 Millionen und dann nochmal Guthaben bei der jeweiligen Zentralbank, SNB oder was weiß ich oder Deutsche Bundesbank. Und da finden wir plötzlich dann nochmal wieder, das ist eigentlich schon gar kein Geld mehr, das ist schon wieder Anspruch, das ist schon wieder Giral-Geld, da finden wir dann nochmal 30 oder 40 Millionen wieder. Wir haben also eine unglaubliche Unterdenkung. Würden die Menschen tatsächlich auf die Idee kommen und würden jetzt anfangen ihr Guthaben, was sie glauben zu haben, abzuheben, müsste die Bank Konkurs anmelden, weil sie es nicht hat? Im Jahr 2008 hatten wir bei Northern Rock die Geschichte. Da sind die Leute, es hatte sich irgendwo rumgesprochen, dass die Northern Rock in England in großen Problemen ist. Und dann gab es einen Run und die Leute wollten alle ihr Geld abheben. Jetzt standen die natürlich alle vor den ganzen, in den Schlangen, wir kennen noch die Bilder und alle wollten ihr Geld abheben. Nun drohte das gesamte Finanzsystem in die Kernschmelze zu gehen. Und jetzt musste was passieren. Man hat auf die Dummheit der Menschen gebaut und das funktioniert auch im Normalfall und hat dann folgendes gemacht. Die Bank von England hat jetzt das Geld gedruckt in bar. Die Leute haben es alle abgehoben, haben nochmal gesagt, Gott sei Dank, ich habe mein Geld, ist nochmal gut gegangen, sind dann zur Konkurrenzbank rein und haben es dann dort wieder eingezahlt und haben gedacht, da liegt es sicher. Was die Leute dabei nicht verstanden haben, ist, dass das dasselbe Bankensystem ist. Hinten stand die Bank von England bei der nächsten Bank und hat das Geld da wieder abgeschöpft und durch den Schredder gehauen und haben gesagt, Gott sei Dank, ist nochmal gut gegangen. Sonst wäre das Ding hochgeflogen. Das ist übrigens eine sehr wissenschaftliche und sachliche Aussage. So provokant und blöd das klingt. Ich sage doch, den meisten Leuten fehlt fast das Abstraktionsvermögen, sich diese Spiele dort vorstellen zu können. Ja, auch den Grat eines betrügerischen Systems in einer Weise, wie man hier wirklich tagtäglich verladen wird. Es ist ja gar kein richtiger Betrug, es ist offen, die Leute gehen zum Wählen, dafür geben sie alle vier Jahre ihre Stimme ab. Die ist dann weg. Die ist dann weg. Und dann machen die anderen das. Und darauf vertraut man ja. Und wer nicht autonom ist, Auto im Sinne von selbst, so im Sinne von beherrschen, also sich selbst beherrscht, ist auch so negativ belegt. Autonomer sind ja immer Steinewerfer mit schwarzen Kapuzen. Ich hoffe, dass wir alle autonom werden, dann sind wir nämlich frei. Wir lernen erstmal Freiheit. Das hat nichts mit Radikalität zu tun. Und dann kommt auch irgendwann der Prozess, wo die Leute selbstständig denken. Die Problematik ist, die Banken bauen darauf, dass die Menschen auf Dauer vertrauen und nicht alles Geld von den Banken abheben, weil sie ja im Normalfall das ganze Kapital gar nicht brauchen. Deshalb redet man ja auch in der Politik darüber, dass wir sagen, die Menschen müssen vertrauen dem Bankensystem. Wenn sie dem Bankensystem nicht vertrauen, dieses Thema Vertrauen in das Finanzsystem ist eine ganz wesentliche Vokabel, die jeder Politiker permanent nutzt. Wenn einer von uns zur Bank gehen würde und ich würde zu meinem Banker sagen, ich brauche eine Million Schulden und der sagt zu mir als erstes, was haben Sie für Sicherheiten? Dann sage ich, keine, aber vertrauen Sie mir. Dann lacht er sich tot und schmeißt mich raus. Ja. Das ist es. Aber umgekehrt soll es gehen. Also umgekehrt ist das eben halt, das sind eben halt zwei Seiten. Ich habe übrigens neulich ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich war bei einer Bank und da hatte ich zufällig ein bisschen Geld auf dem Konto, weil ich habe normalerweise nie Geld auf der Bank. Und da war dann ein junger Mann und der sprach mich an und fragte dann, ob ich Geld bei ihm anlegen wollte. Hätte dann eine super Idee. Mich fand ich natürlich schon. Also ob du Geld anlegen wolltest. Ich wollte Geld bei der Bank anlegen, er fragte, ob ich Geld bei der Bank anlegen wollte und ich sage, das ist ja schon eine sehr sportliche Ansprache hier von Ihnen. Aber ich sage, okay, dann machen Sie bitte mal ein komplett von Ihnen mal persönlich mal erstmal eine Selbstauskunft fertig, eine komplett selbstschuldnerische Haftung von Ihren Vorständen natürlich auch. Ich muss wissen, was haben Sie denn für Vermögenswerte? Haben Sie ein Moped oder womit Sie hier jeden Morgen zur Arbeit kommen? Und da fragte er, wie meinen Sie das? Ich sage, entschuldigen Sie, ich brauche da Sicherheiten, Sie haben mich hier gerade angepumpt. Sie wollen doch mein Geld, das ich bei Ihnen anlege. Ja, aber wir sind eine Bank. Ich sage, ja eben. Und er war sichtlich überfordert, obwohl ich eigentlich nur mit seinen Maßstäben, wie er auch jeden Tag operiert, eben halt auch operiere. Das ist doch wohl völlig normal. Das Gespräch verlief dann im Sande irgendwann. Das war auch gut. Du hast auch nichts angelegt. Nein, nein, ich habe mich dann anders entschieden. Aber es ist jetzt aber völlig egal. Es geht erstmal grundsätzlich um die Situation, dass wir auch versuchen müssen, eben halt selbstständig zu denken. Und hier versucht man jetzt eines zu machen. Man versucht die Leute wegzubekommen von dem Bargeld. Denn wenn es kein Bargeld mehr gäbe, würde dieses Problem nicht sichtbar werden. Denn dann würden ja nur noch alle Leute überweisen. Und dann wäre natürlich die Rechtslosigkeit in einer Dramatik angelangt, die unglaublich ist. Kommen wir gleich. Nur vielleicht eine Information noch vorgeschaltet. Du weißt darauf hin, wenn, also da kann man jetzt streiten, fünf, sechs, sieben Prozent oder wie auch immer, der Menschen hergingen und würden heute sagen, aller, der gesamten Bevölkerung würden sagen, das, was ich auf dem Konto habe, möchte ich gerne in bar ausgezahlt haben, müssen die Banken dicht machen. Definitiv. Die Dimension, die dahinter steht, ob das jetzt fünf oder sieben Prozent sind, ist wurscht. Aber es ist eine Größenordnung, die verdammt klein ist, die das gesamte System zum Kippen bringen würde. Definitiv. Jetzt die glorreiche Idee. Und da wird ja nun mit unterschiedlichen Pressionsmethoden auch gearbeitet, um Menschen bereit zu machen, zu sagen, das Beste ist, ich habe überhaupt kein Bargeld. Ich mache alles Bargeld los. Und das wird einem ja PR-mäßig so als eine ganz super Sache und sicher und verkauft, dass das also der letzte Schrei sei. Und man hat beispielsweise auch so Nummern, dass man sagt, ich bin dann vor Raubüberfällen sicher, weil es dann eben sowas nicht mehr gibt. Also es ist richtig Kampagne. Ja, man versucht natürlich im Rahmen unserer dogmatischen Welt Menschen eben halt zu dogmatisieren. Wir wissen ja, viele Menschen glauben ja, wenn sie die Nase voll haben von der Politik, dass sie durch Wahlen eine neue Politik machen. In Wirklichkeit haben die Politiker, glaube ich, langsam die Nase voll vom Volk und machen sich ein anderes. Das ist die Realität. Deshalb haben wir auch plötzlich so unterschiedliche Antworten bei verschiedenen Umfragen, die laufen. Und das innerhalb von drei Monaten, weil dafür haben sie ja die Medien. Deshalb sitzen wir ja hier, um mal was anderes zu machen. Und Tucholske hat ja schon gesagt, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie längst verboten. Definitiv ist das so. Ja, man versucht ja hauptsächlich mit dem Argument des Raubüberfalls, der Sicherheit und der kriminellen Energie. Man diffamiert die Menschen, die sich für Bargeld einsetzen und sagt, wenn ihr dafür seid, dass Bargeld bleibt, dann hängt das damit zusammen, dass ihr offensichtlich was zu verbergen habt. Und jetzt kommt der normale, und das darf man nicht unterschätzen, der normale Bürger, und das kann ich sogar verstehen im ersten Impuls, der sagt, Mensch, das klingt doch logisch. Wenn ich beispielsweise kein Bargeld mehr habe, niemand mehr Bargeld hat, dann kann mir niemand mehr einen Knüppel über den Kopf hauen und mich berauben, weil einfach kein Geld mehr da ist. Es würde ja immer nachvollziehbar sein. Die Argumentation klingt schlüssig, weil die eigentlichen Ursachen natürlich nicht im Raubüberfall liegen. Denn ein Staat kann grundsätzlich niemals vor Gewalt, sondern erst danach eintreten, durch Justiz und so weiter. Und das kann man sich auch drüber unterhalten. Aber das ist erst dann möglich. Hier wird im Prinzip vor allem das Hauptargument der Raubüberfallung, da wird natürlich auch mit Statistiken manipuliert, die natürlich wirklich ihresgleichen suchen. Also hier heißt es, derjenige, die Polizeipräsidentin beispielsweise in Schweden, da wird es ja extrem hochgefahren, diese ganze Thematik, da gibt es die Polizeipräsidentin, die gesagt hat, Bargeld ist nur noch was für Kriminelle und Ganoven. Und derjenige, der sich dafür einsetzt, der muss sich fragen, warum er das tut, für die Erhaltung des Bargeldes. Also mit solchen platten Methoden und diffamierenden Methoden werden hier klare Denker diffamiert und der Verblödungsmechanismus in Gang gehalten. Du hast auf die Statistiken hingewiesen. Also selbst wenn man die jetzt mal so nehme, wie sie sind, ist ja der Faktor, also beispielsweise in Schweden oder in den USA oder in der Bundesrepublik, der Faktor Raubüberfall an sich nicht der Punkt, der als Instrument zur Angstmache wirklich taugt. Richtig. Also ich habe einen wunderbaren Kollegen, den Hans-Peter Blank, der kommt aus Berlin und lebt unter anderem auch in Sri Lanka und leitet dort unsere Wissensmanufaktur in Fernost. Und der hat eine wunderbare Recherche da mit mir gemeinsam gemacht. Ein Großteil ist von ihm, deshalb gebührt ihm auch die Ehre. Das habe ich kurz erwähnt, das ist ein ganz fantastischer Mann. Und der hat die Sachen durchgearbeitet und der hat auch mal die Zahlen zusammen. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall ist es so, dass die kriminelle Statistik eben halt nicht korrespondiert mit dem Happy Planet Index. Es gibt ja so einen Happy Planet Index, wo die Leute befragt werden, wie glücklich seid ihr? Und da steht dann beispielsweise drin, dass in Deutschland eine bestimmte Anzahl von Straftaten, ich glaube, du hast das da irgendwo liegen, ne? Ich gebe dir das einfach, dann hast du die Krimine. Ja, wunderbar. Okay, also insgesamt in Deutschland heißt es, dass wir also 7.405 Straftaten haben auf 100.000 Einwohner in Deutschland. Und das sind in Schweden 14.975 Straftaten, also die doppelte Straftaten. Und in den USA interessanterweise nur 3.482, also sogar noch die Hälfte von Deutschland. Ich bezweifle, dass diese Zahlen stimmen. Gleichzeitig gibt es eben Befragungen, wo die Leute gefragt werden, die Bevölkerung, wo fühlt ihr euch am Wurzen? Und da stellen wir fest, dass Schweden auf Platz 2 ist, obwohl dort die meisten Straftaten und Raubüberfälle sind. Deutschland auf Platz 15 und die USA auf Platz 150. Also da korrespondiert etwas ziemlich auseinander. Ich sage ganz einfach, die Zahlen können nicht echt sein, die sind gefälscht. Aber es ist interessant, dass eben mit dem Instrument dieser Angstmache der Bevölkerung ein Schritt nahegelegt wird, auf das Bargeld zu verzichten, ohne, und das wäre ja eigentlich das, worauf man eigentlich hinweisen sollte, was die Konsequenzen letztendlich sind. Also da sollte man ja kurz drüber reden. Was passiert denn in einer Welt, in der es kein Bargeld mehr gibt? Also es könnte zum Beispiel sein, dass wir beide obdachlos werden. Weil die Situation ganz einfach da ist, dass wenn es denn nämlich nur noch darum geht, dass ich nur noch offiziell Gelder überweisen kann und kein Bargeld mehr da sein ist, dann könnte es bedeuten, dass ich am Zahlungsverkehr abgeschnitten werde. Schlicht und ergreifend. Denn die große Problematik ist, wir haben zwar immer noch das Recht und können sagen, ich werde weiterhin mit Bargeld bezahlen. Man sagt ja auch, ihr habt das Recht, euch zu entscheiden. Zahlt ihr mit Kreditkarte oder mit Bargeld? Aber Aldi hat sich bereits entschieden, eben halt nur noch mit Kreditkarte zum Beispiel, oder ihr Vermieter oder eben halt wer auch immer. Es könnte irgendwann sein, dass wenn man dann eben halt sich nicht an dem System beteiligt, dass man dann nicht mehr mit dabei ist. Und eine Anonymität, auch im Sinne zum Beispiel von Menschen, die sich im Sinne einer vernünftigen Welt, die sich Sorgen machen, um über ihre nachfolgenden Generationen, die noch nicht einmal gezeugten, denn die Sorge ist mehr als berechtigt. Deshalb sitzen wir hier ja. Es sind ja ganz wichtige Aspekte, warum wir das überhaupt machen hier. Dann kann man solche Menschen, die natürlich systemkritisch sind, und wir werden natürlich als Gegner gesehen, eben relativ locker abschalten. Man kriegt alle stromlinienförmig. Also, um das einfach nochmal deutlich zu machen, die Kontrolle, also was Orwell sich mit 1984 in der Form gar nicht vorstellen konnte, die Kontrolle über die Menschen, die überhaupt über kein Bargeld mehr verfügen, sondern komplett elektronisch bezahlen, alles, was auch immer ansteht, diese Kontrolle ist eine Perfekte. Und wir erleben das ja jetzt, ob das beim Telefonieren ist oder ob das bei irgendwelchen Kreditkarten ist. Du kriegst ja auch auf die Art und Weise ein komplettes Bewegungsprofil, ein komplettes Tätigkeitsprofil. Der Mensch ist ja nicht mehr klar, sondern komplett durchsichtig, weil auf die Art und Weise wirklich alles transparent ist. Klar, die haben über Google Street beispielsweise, wie das Ding heißt, Street View oder was, wo man jetzt in der Lage ist, über sämtliche auch Militärdienste im Falle der Fälle sogar Stadt- und Mobkämpfe im Prinzip direkt zu organisieren, weil man genau weiß, wie jedes Haus aussieht. Ich meine, es ist ja alles vorbereitet. Es ist ja abenteuerlich, was hier gerade läuft. Ja, genau das ist das Problem. Es wundert einen, wie immer bei all diesen ganzen Themen, dass der vermeintlich kritische Journalismus, auch die vermeintlichen Verbraucherschützer und die vermeintlich kritischen Politiker diese ganze Problematik völlig außen vor lassen. Und wie immer und wie in so vielen anderen Gebieten schweigen im Walde. Ja, weil wir natürlich bestimmte Pseudo-Organisationen haben, die uns vorgaukeln sollen, eben halt kritisch zu sein und im Interesse der Bürger unterwegs sein. Mein Kollege Rigo Albrecht hat einen schönen Aufsatz geschrieben, von nicht allzu langer Zeit, über den Bund Deutscher Steuerzahler, die so ziemlich alles vertreten, aber nicht die Steuerzahler. Und das ist so ziemlich deutlich. Aber hier werden natürlich letztendlich Dummies nach außen präsentiert, wie in jedem Staate, die uns suggerieren sollen, dem Bürger, aha, da gibt es Leute, die setzen sich offensichtlich doch für mich ein. Datenschützer. Datenschützer und Verbraucherschützer und so weiter. Ja, die Grünen, die sich hinstellen und sagen, also die CO2-Katastrophe lässt sich ja nun mal nicht wegdiskutieren. Und ich sage dann eben mal, klar, lässt sie sich wegdiskutieren, weil sie nicht stimmt. Lässt sich nur hindiskutieren. Ja, ja, wir lassen uns grüne Aufkleber auf den Scheiben raufkleben, damit wir da in die Stadt reinfahren dürfen. Also absurder geht es nicht. Ich weiß gar nicht, da habe ich intelligentere Lebensformen auf meinem Duschvorhang. Der Mensch, der sich einer solchen Entwicklung ausgesetzt fühlt, die Frage ist, gibt es, das geht ja nicht von heute auf morgen, man hat in Schweden so das Gefühl, dass Schweden jetzt das große Experimentierfeld ist, da wird Bargeld kriminalisiert, die Bargeldverteidigung diffamiert und diskreditiert. Und so wie du sagst, also dass man einfach sagt, das sind eigentlich nur noch kriminelle Leute, die was zu verbergen haben. Die wollen das Bargeld haben und man ist dann wundervoll geschützt. Das ist ja ein Prozess. Die Frage ist, ob man nicht im Vorfeld einer solchen Entwicklung sich beispielsweise diesem ganzen Kreditkartenwahnsinn und diesem ganzen Kreditkartensystem auch ein Stück weit entziehen kann. In dem Moment, wo die Täter auf der anderen Seite merken, dass die Menschen aufwachen und beispielsweise Kaufhäuser boykottieren, wo nur noch mit Karte bezahlt werden kann, wird es dann für so ein Kaufhaus eng. Das wäre wünschenswert und das ist auch eine Intention, warum wir hier dieses Interview machen. Wir dürfen nicht vergessen, es funktioniert ja gar nicht wirklich. Also wenn ich sehe, der Krediteneinsatz in Deutschland macht ungefähr 5.400 Dollar, glaube ich, umgerechnet im Jahr aus. Pro Kopf. Pro Kopf, ja. Pro Kopf. Und in Schweden sind es 6.000 und ein bisschen. Ja, 200. Also 6.200, das ist also nur marginal mehr. Dabei von zu sprechen, dass das modernste bargeldlose Staatensystem im Prinzip Europas ist, das stimmt einfach so nicht. Und ich glaube, dass immer mehr die die Situation merken, wir müssen nur eines versuchen auch deutlich zu machen, dass die Menschen, die sagen, da setzen sich welche dafür ein, dass anonymes Geld bestehen bleibt, dass wir die sehr ernst nehmen, weil die tatsächlich in ihrer Gutgläubigkeit sich nicht vorstellen können, was die eigentliche Intention ist, nämlich die Banken zu retten, falls die Leute dann nämlich Geld abheben würden und die können es dann nicht mehr abheben. Zweitens, die Leute sind komplett in der Geiselkontrolle. Es ist ein dramatischer Schritt in der Richtung der Komplettkontrolle. Das Einzige, was ich George Orwell übel nehme mit seinem Roman 1984, ist, dass er so gnadenlos untertrieben hat. Ja. Aber er hat natürlich in einer Zeit geschrieben, wo er sich das alles noch gar nicht vorstellen kann. Genau, richtig. Und das ist ja schon übler. Das läuft ja alles viel intelligenter ab, denn es ist nichts Schlimmeres, als dass die Leute das Gefühl haben, frei zu sein und das mit der virtuellen Kugel am Bein. Und das ist eigentlich das Spannende. Das ist schon ein sehr intelligentes Spiel, was gespielt wird. Und ich bitte immer nur, jeden aufzuwachen, zuzuhören. Wir haben fünf Sinne und die Intuition. Wir brauchen keine Nachrichten. Da wird eh nur etwas nachgerichtet, damit wir uns danach richten. Und das reicht, denke ich. Ansätze, wie dies ja so graswurzelmäßig gerade in unseren Regionen, Deutschland, Österreich, Schweiz inzwischen gibt, ob das Regionalwährungen sind, ob das ein Schritt wieder in eine richtige kleine Form der Naturalwirtschaft ist, solche Kleinversuche, sind ja durchaus, ich sag mal, Auswege, die ein solches System komplett unterlaufen. Sicherlich nicht unbedingt die Lösung, aber ein Stachel im Fleisch. Das ist der Grund. Also ich denke auch, Margaret Kennedy zum Beispiel, die sich einen großen Namen gemacht hat, mit diesen ganzen experimentellen Währungen, auch mit den regionalen Währungen, das sind ganz deutliche Augenöffner. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum diese Dinge existieren. Denn letztendlich ist es so, dass natürlich ein Chiemgauer und wie sie alle heißen, wunderbare Experimente sind, die natürlich schlechter gestellt sind als der Euro. Denn ich kann mit einem Chiemgauer beispielsweise in New York nicht bezahlen. Das heißt, da ist dann der Euro wieder besser gestellt. Und das sind natürlich basierte Systeme auf der Währung. Aber es macht die Gedanken vor allem frei. Und das ist wichtig. Wir dürfen auch eines nicht vergessen. Das ist zum Beispiel die neue Gedankengänge, die der Franz Hörmann jetzt mittlerweile aus Wien reinbringt. Der stellt interessante Gedankengänge in Gang, was auch ein bisschen auf das chinesische Kreditgeld geht. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Geld ist ja nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern Geld ist ja auch ein Entschuldungsmittel. Das heißt, wir haften ja mit unserer Masse, wenn wir Verträge nicht einhalten. Und das ist eben halt ganz wichtig. Und diese Entschuldung ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Das gesamte Geld- und Finanzsystem, ich habe es beschrieben in meinem Buch, der Währungscountdown, ist sehr, sehr einfach zu verstehen. Dieses jetzige System versteht keiner. Nicht einmal die Experten. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem Finanzsystem. Und je mehr ich das mache, desto weniger weiß ich, wie es wirklich funktioniert. Das ist tatsächlich das Problem. Das nennt man Weisheit. Aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube ganz einfach, man könnte es relativ einfach lösen. Im Moment ist es so, dass dieses System so deutlich, dieses verruchte System, was hier gerade läuft, so deutlich gegen die Wand fährt. Und mittlerweile ist das nur noch ein Aktionismus, der läuft. Und das spüren mittlerweile auch die gutgläubigsten Menschen, dass hier irgendwie es nicht mehr richtig klar läuft und auch nicht mehr rechtsstaatlich läuft, sondern ziemlich wüst. Und wir sollten uns hüten davor, Bargeld abzuschaffen. Und wir sollten dringend dafür sorgen, dass wir die Kriminalität abschaffen. Und das geht durch die Umverteilungsspielchen von Arm auf Reich und nicht durch das Geldsystem oder Abschaffung des Bargeldes. Das ist absurd. Man sollte auch ja nicht glauben, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, weil diese Frage der Sicherheit, natürlich, wenn ich jetzt 100 Euro im Portemonnaie habe, könnte ich in der U-Bahn überfallen werden, mir wird das Portemonnaie weggenommen. Das ist schon sicherlich alles richtig. Das wäre dann nachher eine Sache, die dann vielleicht nicht stattfände. Wobei man auch da schon ein Fragezeichen machen muss, denn es gibt ja schon genügend Betrügereien mit geklauten Kreditkarten. Also die Sicherheit dieses Systems ist ja wahrlich nicht gegeben. Definitiv nicht. die Möglichkeit auch da zu manipulieren, ohne dass ich irgendwelche Karten habe. Auch da gibt es ja genügend Beispiele. Das heißt also zu glauben, dass man vor krimineller Energie in diesem Bereich durch den Wegfall des Geldes gefeit sei, ist ja auch ein frommes Märchen. Ich danke für diesen Einblick, für dieses Gespräch, was sich mit der Problematik, und das war ja auch der Sinn unseres Gespräches, der Bargeldlosigkeit befasst hat und einfach den Sinn hatte, hier Menschen ein bisschen zu sensibilisieren und nicht auf den nächsten Trick des Finanzsystems und unserer Politiker hereinzufallen, sondern einfach hier mit wachem Kopf und wachem Auge durch die Gegend zu gehen. Andreas, herzliches Dankeschön. Danke auch. Liebe Zuschauer, es ist schon angesprochen worden, ich verweise auf die Publikationen von Andreas Popp, nachzusehen und zu bestellen über www.wissensmanufaktur.net, eine Internetseite, die sich eh lohnt drauf zu gehen und im Übrigen kriegt man auch dort die Bücher wie der schon angesprochenen Währungs-Countdown. Schauen Sie mal rein und holen Sie sich das Buch Es lohnt sich. Herzlichen Dank für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament. Untertitelung des ZDF für funk, 2017